Antje Babender Erde ist eine deutsche Schriftstellerin, sie schreibt Romane für Jugendliche und Erwachsene über das Leben der nordamerikanischen Indianer. Leben und beruflicher Werdegang Antje Babender Erde wurde 1963 geboren und zog im Alter von drei Jahren mit ihren Eltern nach Gotha, wo sie 1982 Dekasekunden Abitur an der Arnoldi Schule ablegte. 1983 bis 1985 machte sie eine Töpferlehre in Saalfeld. Bis 1990 war sie als Hordnerin, Töpferin und Arbeitstherapeutin in einem Fachkrankenhaus für Psychiatrie und Neurologie tätig und besaß eine eigene Töpferwerkstatt. Seit 1996 ist sie freiberufliche Autorin mit einem besonderen Interesse an der Kultur, Geschichte und den heutigen Situationen der Indianer in Nordamerika. Ihre Romane zu diesem Thema für Erwachsene und Jugendliche bauen auf intensive Recherchen und USA-Reisen. Außerdem ist sie Mitglied des Schriftstellerverbandes in FAIR, die dessen Landesbezirksvorstand in Thüringen sie als Schriftführerin angehört. Einige von Babender Erde's Romanen wurden ins Französische, Litauische, Tschechische und Ungarische übersetzt. Mehrere der Jugendromane sind auch als Hörbücher erschienen, von denen sich einige auf der Herr-Zwei-Hörbuch-Bestenliste platzierten. Antje Babender Erde hat zwei Kinder und lebt mit ihrem Mann in lieben Grün, Thüringen. Werke, Literatur Es gibt einen Ort in uns Der Pfahlschnitzer Der Wallfänger Der Gesang der Orcas Wundesland Lakota Moon Taleth der Running Horse Die Suche Liebellen Sommer Zwei Herz Die verborgene Seite des Mondes Findet mich die Liebe oder der Wolfstraum Da Light Blues In der Kälte der Nacht In Ligosommer Rheinshorn Juli Schatten Ise Grimm Der Kurs des Raben Hörbücher Der Gesang Der Orcas Jumbo Neue Medien und Emp Verlag Hamburg 2005 ISBN 978-38337-12838 Liebellen Sommer Jumbo Neue Medien und Emp Verlag Hamburg 2007 ISBN 978-38337-18588 Lakota Moon Jumbo Neue Medien und Emp Verlag Hamburg 2007 ISBN 978-38337-19813 Die verborgene Seite des Mondes Jumbo Neue Medien und Emp Verlag Hamburg 2008 ISBN 978-38337-21113 Indigo Sommer Jumbo Neue Medien und Emp Verlag Hamburg 2010 ISBN 978-38337-257-3-9 Rheinshorn Jumbo Neue Medien und Emp Verlag Hamburg 2010 ISBN 978-38337-265-7-6 Juli Schatten Jumbo Neue Medien und Emp Verlag Hamburg 2012 ISBN 978-38337-293-0-0 Issegrim Schatten und Emp Verlag Jumbo Neue Medien und Emp Verlag Hamburg 2013 ISBN 978-38337-3-2-0-0-7-2 Der Kuss des Raben Jumbo Neue Medien und Emp Verlag Hamburg 2016 ISBN 978-38337-3-5-8-4-4 Verfilmung Laut einer Pressemitteilung des Arena Verlags im September 2010 haben sich die Drehbuchautoren Tobias Stille und Scarlett Klein die Filmrechte für Liban Sommer gesichert. Dem Drehbuch, an dem Klein zur Zeit arbeitet, wurde eine Drehbuchförderung der Filmförderungsanstalt gewährt. Wann der Film erscheint, ist derzeit noch unklar. Preise Auszeichnungen Der Gesang der Orcas Herzweihauer Buch Bestenliste Pril rentete Roman Junior Lakota Moon Buch des Monats Bad Harzburger Jugendliteraturpreis Asselzor Libellen Sommer Sonderpreis zum Erwin Strittmatterpreis Delia Beste deutschsprachiger Liebesroman für das Jugendbuch Indigo Sommer Herzweihauer Buch Bestenliste Juli Schatten Segeberger Feder Nominierungen Buxtehuder Bulle für die verborgene Seite des Mondes Und Indigo Sommer Und Indigo Sommer Tschüss Vielen Dank.